Ja, hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Grundlagenfotografie-Tipps-Video möchte ich mit euch besprechen, wie wichtig der Vordergrund in dem Bild ist. Das baut gerade so ein bisschen auf, auf das letzte Video mit der Perspektive. Den Vordergrund mit in ein Bild einzubeziehen, ist enorm wichtig, weil es mit dem Betrachter ein bisschen führen tut und ein bisschen das Bild auch interessanter macht. Und zwar ist meistens, wenn man jetzt hingeht bei der Perspektive, wie ich gestern erzählt habe, und man geht runter auf den Boden, dann ergibt sich von ganz automatisch, dass der Vordergrund mit drauf kommt. Alles, was direkt vor der Kamera ist auf dem Boden, das ist ja dann mehr oder weniger mit drauf. Aber eben, es ist enorm wichtig und enorm interessant, wenn ihr irgendwas mit in den Vordergrund mit einbezieht. Das muss auch nichts Spektakuläres sein. Es ist einfach, da reicht es, wenn es ein Stein ist, wenn es ein Ast ist, ist völlig egal. Kann auch eine Blume sein oder irgendwas, ein Tierchen, ein kleiner Felshügelchen, also so ein größerer Rugel oder ein Stückchen Moos, irgendwas, was im Vordergrund liegt, weil damit führt ihr den Betrachter schon automatisch zunächst auf diesen Vordergrund und dann ist er erstmal mit dem Blick fixiert auf dem Vordergrund und kann dann seinen Blick durchs Bild einfach schweifen lassen. Und dadurch wird ein Bild schon viel, viel interessanter, wie wenn im Vordergrund einfach nichts ist. Wenn einfach so in der Hälfte des Bildes dann erstmal die Wiese anfängt oder die Bäume oder das Meer anfängt, dann ist das bei weitem nicht so interessant, wie wenn da ein spannender Vordergrund mit im Bild dabei ist. Also schaut einfach, wenn ihr Landschaftsfotos macht, dass ihr irgendwas Interessantes irgendwie in den Vordergrund mit reinbekommt. Das muss, wie gesagt, nichts Spektakuläres sein. Das kann auch wie hier so ein paar Schilfrohre, was ganz Simples, was ganz Einfaches sein. Es geht einfach nur darum, dass ihr den Blick des Betrachters ein bisschen fangen tut, damit der Betrachter einen Punkt hat, an dem er sich im Bild ein bisschen festhalten kann und von dem aus er dann durchs Bild durchgehen kann und sich das Bild anschauen kann in aller Ruhe. Ja, das war es auch schon wieder für diesen Tipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es ist wie immer. Viele werden es schon kennen. Manche werden vielleicht nicht mehr daran gedacht haben. Bei anderen ist es ein vollständiger Automatismus. Auf jeden Fall, ich wollte es euch einfach mit auf den Weg geben. Und es freut mich natürlich, wenn es euch hilft, wenn es euch gefällt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Gebt mir den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht drauf gedrückt habt. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.